Was für ein Tag, stundenlang am Feld und trotzdem noch nicht müde. Warum auch, wenn alles auf Knopfdruck funktioniert und man das Wesentliche mit nur einer Hand steuern kann. Immer wieder erstaunlich, wie mühelos sich diese geballte Kraft kontrollieren lässt. Es steckt einfach die richtige Technologie drin. Eine, die hält, was sie verspricht. Mehr Leistung, trotz weniger Verbrauch. Rohstoffe sind schließlich kostbar. Genauso kostbar wie Zeit. Deshalb ist Arbeit auch nicht das ganze Leben. Schön, einen Partner zu haben, der mir hilft, dass es auch so bleibt. Efficient Power – Spitzentechnologie von Case IH